Ähnlich wie hier auf der KÖ viele Gärtner bemüht sind, die Grundlagen des Grüns schön zu halten, so ist es auch wichtig im Content Marketing, dass man sich mit den Grundlagen beschäftigt. Wie wirkt das Ganze denn zusammen? Es ist nicht nur SEO, es ist nicht nur Social Media. Es geht auch darum, die richtigen Medienformate zu finden und auch das richtige Engagement der Nutzer zu fördern. Und dafür muss man sich Gedanken machen über die Ziele, die Nutzenpotenziale. Man muss sich Best Practice anschauen, wie von Schwarzkopf oder wie von Dell, um zu verstehen, wie man mit diesen Wirkungsmechanismen selbst Erfolge erzielen kann im Content Marketing. Und darum geht es im Bereich Grundlagen, Content Marketing und es geht darum, die Methoden zu verstehen.